es gibt Ski-Legs Neustrundersen Kripper das Fakkel das und sehe ich nichts Morag auf Cocktail Molokov Tocktail von mir hat L und das ist normal lauf einfach das ist ein Spawner lauf einfach Euro Max die hat jetzt doch mal die Fakten aussehen ihr habt ihr getötet oder steht noch ein paar Molotovs 2 die Kälte an der Wand lauf einfach kommt auf Raleigh machen wir doch ein Speedrun ist auch so aus der Moment vielleicht ist es so klar ist da denn hier waren gerade zu bleiben zwei Fackeln ich weiß den Rest hat ich Schuss der Fortschritte an einem Monoport um ein Wunder klar ist von ihnen waren und wie es will der Cookies Eureich ja ich entdeckte ich ja auch Jürgen Koppel aber ich hatte noch 16 Kugel wohnen ich trinke mal kurz was in der Nähe von zombies mal kurz was trinken was isst du grad von McDonalds? kleine Kinder hab ich ja schon gesagt er ist die Kleinkinder von McDonalds in ernst ich mag ein bisschen Hunger kriegen er isst nix von McDonalds warte an die warte hier warte an die warte hier warte hier ich warte ja hier warte mal als bei McDonalds ist hab ich dir schon mal gesagt dass du ein Arschloch bist du das haben wir schon oft gesagt hinter dir ein Mensch das ist ein Mensch und der wird getötet ein Menschenspawner oh mein Gott nein ich hab den Fixer an mir angegriffen Fehler ich habe es leider okay weiter jungs wir müssen nach links oder rechts ich versuche mal links go 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 da sind da war ein Pfeil wir sind also richtig keine Fackeln mehr Maxl Maxl fackeln oh Pikman Pikman hinter dir Andi pass auf ich bin ich bin ich bin ich bin Maxl fackeln bitte Maxl hier geht's nicht lang wir müssen um die Ecke Maxl I'm waiting du hast jetzt 32 gekriegt oh stimmt Supplies Fackeln und Monokow-Kokkpeln für ihn könnt ihr haben und Monokow-Kokkpeln und links brennt rechts Boah Telefon so Ja, dann geh halt nicht ran. Moment. Rechts ist clear. Okay. Ich bin wieder da. Keiner an, wer das war. Ich bin... Moment. Max, Maxl, eine... Maxl. Irgendwie vergisst der Maxl immer so... Maxl, ähm, wenn du das nächste Mal aufgehst, dann schalt dich bitte mal stumm. Okay? Ja, ich weiß, das Headset knackt schon. Nicht das Headset knackt, man hört alles mit. Boah. Ficken. Fuck, Cookies. Ja, was kann ich dafür, dass meine Mutter ein etwas... ...lautungsinnert. Wir müssen weiter, Leute. Wir müssen weiter. Ich geh noch von hinten back up. Okay, wir können weiter, Maxl. Warte. Von mir aus auch. Okay, hier ist auch clear. Ich lass die Wacke da jetzt mal, weiß krank. Ja. Wie wir Gamersprache anwenden. Nenn wir nicht cool, wir sind ruhig. Das ist keine Gamersprache, das nennt man nur Gamersprache, weil es ja eigentlich, ähm... ...ja, schon so military-mäßig. Oh shit. Lass die Picsom, warte noch an die Warte. Das sind keine Picsom, das ist normal so. Das ist ein Supply, ich bin als erster da. Das ist ein Supply, ich bin als erster da. Ja, hat man gehört. Ja, hat man gehört. Alles. Ja, Mann. Es ist halt so. Also schalte ich aufs Stimme. Ich halte immer mal ein Mikrofon aufs Stimme, dann hörte ich mich überhaupt nicht mehr, weil es kein Spaß macht. Du musst ein bisschen mehr auf deine Mutter hören, finde ich, Maxl. Weil es geht nicht. Ich finde das Gegenteil, du solltest dir mal sagen, wenn du aufnimmst, dass sie nicht da und dazwischen labert. Du musst dann Maxl. Tu ich ihr ja, aber ist ja egal. Sag ihm mal, dass YouTube eine ernste Sache ist. Wir müssen nach oben. Warte, nein, Andi, Andi, nein, bleib unten, bleib unten, Andi. Hier gehts nämlich noch weiter, vielleicht sind Supplies da. Okay, sind sie nicht. Ja, ganz, ganz viele Supplies. Der Olli will immer nur vorgehen. Nein, okay, gut, ich, ich, ihr geht vor. Nein, ich will vor. Nein, ich, 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 Nein! Okay, Jungs, warten wir ganz kurz, wenn da ein Schild steht. Hilfe. Hilfe! Wir müssen da rein. Jetzt sind wir schon wieder hier drin. Sind wir vielleicht zu fleiß? Ja. Und zwar ordentlich. Okay, hier können wir wieder pennen. Torches, ordentlich. vermeinten ich bin gar nicht schweizgenug okay ich schmeiß mal unnötiges Zeug weg ich hole mir mal zwei goldene Apples ich da ein Mensch ist ja schon da auch eine neue er ist doch nicht das Futter ja ich hab's nur kurz weggeschmissen weil ich volles Inventar hatte ich will das Futter wieder haben ja jetzt habe ich es schon eingesammelt ja okay haben wir nicht irgendwie ein Brot oder so oder was weniger halt weil ich will nicht da unten gehen so Maxl Andi weghau und schlafe es ist es ist nicht Nacht ähm wie okay warte ich mach's schnell nacht ähm Set Time keine Ahnung 20 du musst Splash Time Set 0 Time Set nein nicht Time Set 0 Time Set 10 ja also nicht 0 aber so jetzt ist Set Time zu 10 oh man wann ist die Nacht bei welcher Zahl ist es denn Nacht wisst ihr das mach mal 18 oder sowas ähm okay Moment warum wollt ihr eigentlich schlafen was bringt das euch damit wir hier spawnen ich weiß ne stimmt Time Set 20 Versucht's jetzt mal könnt ihr euch hinlegen geht nicht Time Set 15 Versucht's jetzt probier's mal mit 2 Versuch's einfach mal geht's jetzt ah ah geht nicht Time Set 5 mach mal Minus 1 Minus 5 geht's jetzt geht's jetzt ah ah mach doch einfach Time Nice geht nicht dazu braucht man Plug-in what the hell da kommt was auf uns zu Leute schaut mal da raus schaut mal da raus schaut mal da raus oh god guten Tag oh ich hab grad ein Fail drinnen wo du Vollidiot oh mann du Vollidiot oh mann und ich hab grad einen totalen Fail ich muss Disconnecten kurz und nochmal Connecten Andi du Vollidiot Scheiße was sollen wir jetzt machen Andi du bist der dümmste Mensch der Welt und wir haben nicht gepennt hau doch mal Wand hin hau Wand hin wieso sind hier Diamanten hau Wand hin hau Wand hin ich brauch Backup kriegst du wieso sind hier Diamanten Alter bei mir leckt der Server grade übelst bei mir leckt grade alles Leute der Schalter ist weg Egal machen Cheat dir einen ein sorry Leute ein very very sorry aber wir wollen noch ein bisschen wir wollen noch ein bisschen Aufregung wir wollen noch Fun Diamants World das sieht ja geil aus Jungs wartet mal ganz kurz wir machen ganz kurz ne Aufnahmepause weil bei mir das Server ziemlich leckt ja go 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 attack okay das war mal wieder ein lustiger Anfang oder eher ein bescheuerter nachdem hier alles oh mein Gott Ficken ich bin tot echt oh mein Gott ach du scheiße ich geh zurück ins Haus ich geh zurück scheiße fail ich hab meinen goldenen Apfel gegessen okay Jungs ähm weiter geht's du wirst lachen ich hab keinen Schaden gekriegt vors ich blieber von hinten ich 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 wenn generiert ich 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 wo 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 who wo 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 okay wir müssen nach nach wo wo man wo 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 ich bin wo ist mein Schmörer aus auch mal die Partie kann ja noch Stunden oder Jahre weitergehen auch scheiße war ein Pikman okay dann müssen wir treten von hinten du Creeper ich brauche den Wunderbar-Parfell fragt einen einen ja die bringen gar nichts die Molotovs hinten okay hier weiter ich spinne von hinten wo Spinne von vorne noch eine Spinne Leggyserer von überall Markus genau ein Maximum Hübschens Backup von hinten ist man dazu in der Lage wenn man tot ist steckung h h h ich schiebe mein Leben h h ich brauche ein Wunderbar-Jungs Ich hab kein einziges Essen mehr. Hab ich nicht. Ich auch nicht. Wir können Leben und Tod. Hier. Hier steht was. Hier ist ne Fackel. Stirb Skeleton. Towards the bench, Al. Oh god, towards the bench, was was heißt? Wir müssen einfach gerade ausweist. Ich hab kein Plan, was das heißt. Und bei mir leckt gerade alles, und fuck. Wie viel Leben habt ihr beide? Ähm, sehr wenig. Hälfte. Ich hab viel weniger als die Hälfte. Soll ich? Weniger als die Hälfte. Ich brauch Essen unbedingt. Bleib mal da stehen, ich geb dir jetzt was. Eine wertvolle Gabe. Denn ich benutze die Account. Ich werd den jetzt aufessen, gleich. Ja, dafür sei er gedacht. Ähm, Jungs wird vielleicht ein bisschen, ähm, Fackeln platzieren, weil sonst sieht man auf der Aufnahme nix. Ich hab keine Fackeln. Ich hab sieben Fackeln. Ich vier und sechzehn. Ich hab zwei Stecks voll. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Andi warte doch mal, Andi. Oh mein Gott. Supplies. Yay. Fackeln. Ammo. Ammo brauche ich ein bisschen. Ich aber. Oh shit. Creeper. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Stürb, damit sterben. Mein Schwert ist übrigens, mein Schwert ist gleich weg. Ich hab gar keinen Schwert mehr. Creeper. Oh, Ewigkeiten. Feuer. Ok. слушai. Mhm. Vielen Dank.